Hier präsentieren wir die 5 besten Geschirrtücher-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Blumtal 10er Seed Premium Geschirrtücher. Das zeitlose Geschirrtuch wird von zahlreichen Verbrauchern und Gastronomen geschätzt. Wir gehen zusätzlich eine Aktion und verwenden das Tuch auch in außergewöhnlicher Top-Qualität mit einem Produktgewicht von 200 Gramm pro Quadratmeter. Das Geschirrtuch im zeitlos untersuchten Stil wird von zahlreichen Kunden und Gastronomen geschätzt. Wir gehen eine Aktion besser und bieten auch das austrocknende Tuch in außergewöhnlich hoher Qualität mit einem Materialgewicht von 170 Gramm pro Quadratmeter an. Sicherlich hat der Baumwollstoff auch eine Wandhalterung. Nummer 4. Textgeschirrtücher-Küchenhandtuch. Die Handtuchabmessung beträgt 50-70 cm sowie das Gewicht ca. 60 Gramm pro Handtuch. Handtücher haben ebenfalls einen Aufhänger von oben. Sie werden aus 100% Baumwolle hergestellt. Dies sind Produkte von ausgezeichneter Qualität, die unter unserer eigenen Aufsicht hergestellt werden. So können Sie sie ohne Probleme verwenden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Blumtal 8er Seed. Ein echter Allrounder. Das Mikrofasergewebe eignet sich als Geschirrtuch, für das Aufstellen von Autos sowie für die Auto- und LKW-Pflege, als Reinigungsstoff sowie für die Fensterreinigung. Dank der mehrteiligen Kollektionen 4, 8 oder 16 Tücher müssen Sie keine verschiedenen Stoffe mehr für verschiedene Aufgaben im Haus kaufen. Alle Handtücher haben die Masse 45 x 65 cm. Nummer 2. Zollner 10er Seed. Das Material der Geschirrtücher enthält 100% Baumwolle und eignet sich am besten zum Trocknen. Die Grubenstoffe sind farbbeständig und dank der verdrehten Garne langlebig. Das komplett verdrehte Handtuch ist auf 4 Seiten gesäumt, was die Lebensdauer zusätzlich erhöht. Und die Nummer 1 unserer Liste, Zollner 10er Seed Geschirrtücher. Die Trockentücher haben eine Größe von ca. 50 x 70 cm, haben eine funktionelle Wandhalterung und sind aus 100% Baumwolle gebaut. Das zeitlos karierte Design ist in Blau und Rot erhältlich, so dass Sie in jeder Küche den idealen Akzent setzen können. Die Trocknungshilfe wird auf schädliche Materialien geprüft und Ökotex Requirement 100 lizenziert, um sicherzustellen, dass Sie ohne zu zögern genutzt werden können. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.